Das war ich nicht! Das war Nuri! Ey, das war Nuri! Ey, ich ball euch alle drei da weg, ey! Ey, was kann ich denn jetzt dafür? Oh, geil, ey! Seid herzlich willkommen und geil, dass ihr wieder einstellt! Heute ultimativ 11% Random Parkour, kann man schon fast sagen. Und das mit Aris und Nugi, ja, eigentlich GTA-Amateure. Wir versuchen aber heute, ja, gemeinsam mit Deko, die ein bisschen zu schulen, ein wunderschöner Kona, mein Wuff! Halt deine Fresse! Und hi! Hallo, gut dazu! GTA-Amateure! Herzlichen Bonn Reis! Wunderschön, dass ihr da seid! Und ich wünsche euch einen wunder guten Jetzt! Ich wünsche euch, die Lösung wurde mir in eines oder unter eines der letzten Videos gepostet. Hau raus! Schreibt doch einfach, oder wünscht doch einfach ein gutes Jetzt! Dann ist ja eigentlich für alle gesorgt! Okay! Also wünsche ich euch einen guten Jetzt! Und ihr könnt machen, was ihr wollt! Ihr könnt jetzt gerade kacken oder schlafen oder arbeiten oder nicht arbeiten eben! Weil ihr unsere Videos guckt! Oder Schule sein oder Geburtstag haben oder was auch immer! Einen wunderschönen guten Hallo von mir auf jeden Fall! Und ich weiß nicht, was uns heute erwartet, ne? Ich habe keine Ahnung, Leute! Null! Ey! Ey! Der speedert einfach ausgelöst 3D, bevor ich da war, Alter! Was machst du dann, Nuggi? Ey! Ich wollte hier hochfahren, aber irgendwie fuhr er nicht! Denn der Kai hat euch frei! Okay! Ciao, Nuggi! Oh! Hallo, verzieht euch ihr Lappen! Frei! Einfach geil! Nein! Ach! Sag gut aus! Ich hoffe ihr verkackt auch nochmal ihr Lappen! Boah! Aber mir lag es wieder daran, dass ich nicht richtig gerade ausgefahren bin! Amadeus, Amadeus! Komm Nuggi, ich schaff das! Was muss man nicht machen? Wo willst du denn hin? Ich bin die ganze Zeit so schnell! Oh Gott! Ich kann da irgendwo nicht runterballern, ey! Oh oh! Das war ein bisschen zu hoch, ne? Das war gut aus, Nuggi! Ey! Was? Zu krasser Wheelie! Wollen wir mal ein bisschen rumballern hier? Ist so friedlich hier! Was ist los? Lass es vielleicht erst mal in das Ding hier schaffen! Der Mögerich ihm hat's! Warte! Loll! Tschüss! Hallo! Oh! Oh! Ah! Okay! Okay! Was kommt denn danach noch? Also ich sehe ganz viele Raketen neben auf der Karte! Das ist übrigens der einzige Grund, weshalb ich diese Map gestartet habe! Weil ich viele Raketen gesehen habe! Ah! Ja, ich sehe sie jetzt auch! Hallo Marvin! Buongiorno! Ist das ein Speed oder weshalb passiert? Hä? Wir drehen ein Porno! Wir drehen ein Porno! Das muss ich mir auch jetzt mal anschauen! First Try! Ich bin wieder da! Was ist genau da? Du musst nur Mittel... Ja, eigentlich ganz einfach! Mittel Wheelie machen und dann geht das! Aber ja, Deku, das sage ich jetzt zu dir auch, ne? Wer jetzt erst mal hier ist, ne? Alter, First Try! Ja, also... Hallo! Ähm... Deku, ich werde ein bisschen nach hinten fahren! Deku, ich werde ein bisschen nach hinten fahren! Äh... Alter! 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 Entspann deine Lage, Freundchen! Entspann deine Lage! Ernsthaft! Äh, äh! Alter! Nein! Oh mein Gott! Luggi, genau das ist mir auch passiert! Marvin, wie könntest du das jetzt verhindern? Nein! Ja! Alter! Übertreib mal nicht! Mach es so wie bei, ähm... Konzentrationsbarcol! Vorderrad drauf und dann hinten rüber drehen! Und dann schnell rüber fahren! Ach, Mist! Ich hoffe, du verkackst auch nochmal! Wäre ich oder was? Lass es Liebe sein! Richtig nicht alleine! Richtig schlechter Mensch! Warte mal! Ich habe ja noch eine Rakete! Wie war das, Deku? Was hast du nochmal gesagt? Liebe sein! Was? Was hast du nochmal gesagt mit den Raketen? Wer als erstes da ist, der... ne? Wie war das mit dem Friedensvertrag? Willst du jetzt doch einen haben? Willst du jetzt doch einen haben? Willst du einen haben, ja oder nein? Willst du einen haben? Ja, Friedensvertrag! Okay! Oh, ist das geil, ey! Jaja, er freut sich darüber! Unter Tränen sagt er so! Alter! Ich habe gerade ein Auge zu gehabt! Ich dachte, Deku wurde gerade weggeballert! Alter, ich hätte es irgendwie gefeiert! Boi! Boi! Alter! Ey Leute! Ehrlich! Deku, wir machen jetzt eine Challenge! Wer näher an Aris dranschießen kann, die Leute nicht treffen! Fickt euch! Verpisst euch! Nummer 1! War schon ziemlich nah! Alter! Ziemlich weit weg! Warte mal so vielleicht! Ja, okay! Ja, das war auch weiter weg! Ey! Ob ihr behindert seid! Oh! Wow! Das war schon! Ey! Warte, warte! Vielleicht so! Ich mach dich mit! Oh ja! Es war auch schon ziemlich leid! Schaffst du es? Schaffst du es? Rechts und links an Aris so weit zu schießen! Wuuu! Alter! Schieß da so, dass er in der Mitte ist! Versucht das mal! Ja! Aber er steht gerade quer! Ich will den hundertprozentig treffen! Oh! Lol! Alter, hast du gesehen bei Nugi? Oh! Digga! Ey, ne! Links und rechts an seinem Körper vorbei! Ich bin einfach so ein Profi, ey! Oh! Das war richtig gut! Digga, ich will so auf Aris schießen, ey! Oh! Nein! Willst du nicht?! Ey! Jungs! Ehrlich! Ich hab so spitzige Hände! Verpisst euch! Ey! Ey! Ich war eigentlich in Frieden mit dir, ja? Ja! Ne! 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 Friedensvertrag aufgelöst! Übertreib deine Rolle jetzt nicht! Ah, das ist Vogelfrei! Friedensvertrag aufgelöst! 2-0, ne? Wahnsinn! 2-0, ne? Wahnsinn! Oh, Digga! Alter! Ich will so! Alter! Alter! Was war das? Hä? Ich hab geschossen! Ich wollte auf Aris schießen! Boah, alter Schwede, ey! Hallo! Luki, was passiert hier denn? Boah, heu! Jetzt sehe ich mir nur Blut! Komm, Luki! Schaffst es auch! Jawoll! Geil! Hast du den Punkt? Und zack! Kann man 2-2! Hast du den Punkt? Ja! Alter! War richtig close, ne? Alter! Ich dachte gerade auch schon, Luki hätte ihn nicht bekommen! Also, weiter geht's! Weiter mit dem Motorrad! Was ist hier los? Ich hätte niemals gedacht, dass das ein Motorrad-Parcours ist, aber... Ihr wolltet ja auch irgendwann mal wieder einen haben, ne? Hallo! Hallo! Nein! Wer hat das gesagt? Nein! Ich dachte, du musst dann nochmal springen! Oh! 100% ich hab Marvin genauso verpackt! Alter Schwede! Ne, ich bin ein Profi! Oder? Ich bin ein kranker Profi! Hallo! Hä? Nuuu! Das war knapp! Huh! Okay! Die Scheiße geht nicht kaputt! Gut zu wissen! Oh oh! Nein! Nuki, kannst du das eigentlich so Barty-Krams? Joa! Also ich meine, hier ist ja jetzt noch nichts Schwieriges dabei, ne? Äh! Oh! So weit? Hallo! Alter, man backt hier noch so heftig rum! Oh fuck, ey! Ich werd euch da noch verkacken sehen! Oh, es wird so schön sein! Oh! Oh warte, ich hab ja eine Geschenk-Creeze, Mr. Deko! Hallo! Hallo! Nicht auf mir! Oh! Nicht auf mir! Hallo! Alter! Nein! Oh loo! Ey, wo? Ah, hast du verkackt? Ich wollt wieder schnell, schnell machen! Ja, oben auf den Tor! Wir schießen in drei Sekunden! 1, 2, 3! Uff! Glück gehabt! Uff! Ey, ist das sicher, dass das jetzt kein zu Fuß ist ab jetzt? Ich hab keine Ahnung, wieso? Ey, Junge! Aris! Was soll das? Das soll das? Liga! Ich hab nix gemacht! Ich hab aus Versehen eh gedrückt! Toll! Ich hab aus Versehen eh gedrückt! Es war aus Versehen! Ey, ich würd sagen, das machen wir zu Fuß, oder? Ja, Aris kann das jetzt auch zu Fuß machen! Jo, o, 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 o... Ne, 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 ne. Okay, ja, den hab ich, ja, okay. Ist okay! Hallo! Hallo, nein! Alter! Keine Polizeigewalt hier! Jetzt kommt er hier! Hallo, lass mich! Ich rasiere deinen Skype weg! Ja! Polizeigewalt! Ja! Geh doch mal auf den Detali, Alter! Güsste für ein Polizist! Hier jetzt! Aua! Kommen Sie her! Bamm, Digga! Mach Hit ins Gewicht! Nicht ich! Nicht ich! Bamm! Da, stirb Junge! Bamm! Ja! Wer seid ihr alle? Ich zerstöre euch! Okay, wir lassen uns mal weiterfahren. Zu Fuß, Leute, zu Fuß! Challenge zu Fuß! Achso, zu Fuß, oh. Hey! ARIS 3-2 übrigens, ne? Ja, ey! Oh, was hab ich damit nur angerichtet, ey! Ja, ey! Ja, ey! Wow! Der macht Scheiße dahinten! Wer ist das? Nein! Was mit dem ersten nach vorne? Richtig Wüsten Sprintmüffel durchgesprintet, ey! Okay, mach ich jetzt auch. Du bist einfach nur... Hallo, ich mach das jetzt auch! Hallo! Ey! Erster Versuch! NEIN! Vorletztes Ding da verkackt! Hab Pst gemacht und ich bin runtergeflogen, ja! Ey, ich hab den ersten nicht mal! Wie? Ich bin first... Das sieht so geil aus, ey! Ich bin first schon einfach so durchgesprintet, ey! Digga, ich mach das doch super lange und dann werd beim ersten sofort zurückgeheatet, ey! Es geht einfach nicht! Jetzt Retalk, es geht nicht! Hallo, ich laufe wieder... Nein! Bitte, 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 bitte! Nein, nicht, nicht, nicht! Äh? Ja! Nein! Ja! Ey! Ich schaff nicht mal den ersten, ich geh da drauf und bin einfach sofort weg! Ey, ey, Junge, ich werde weggeschockt, bleibe aber auf dem Hänger liegen, er steht auf, ich mache einen Schritt, er fällt runter! Ich schaff nicht mal den ersten! Wirklich, Retalk, ich schaff nicht den ersten! Ey! Ach, wenn man da so rüber geht! Ja, geil! Oh! So kann man da so rüber gehen, ne? Ja! Ja! Naja, in der Theorie zu mir, ja! Wer ist da vorne? Hat's schon jemand? Nee! Ah! Nee! Oh Mann! Es war so gut! Digga, ich war schon beim vorletzten! Ich war schon richtig voll! Ja, du mieser Ticker! Ich hab dich nicht umgebracht! Ey! Das hast du verdient, Marvin! Das war richtig Karma, Alter! Warum packt er sich einfach aufs Maul, ey! Ja, ey! Wegblieb! Ich verkack jetzt zum dritten Mal hintereinander! Nicht, weil ich geschockt werde, sondern weil mein Typ sich einfach beim Laufen aufs Maul packt! Nein! Also ganz so, alles wie immer, ja? Alles wie immer bei GTA, ja! Er packt sich schon wieder aufs Maul! Kannst du bitte einfach durchsprinten! Einfach durchsprinten! Einfach! Oh, oh! Kann man da langsam draufgehen? Ja, Junge! Digga hat's gleich! Digga hat's gleich! Komm, steh auf, du Lappen! Ja! Ich krieg dir jetzt den Schaden! Ey! Ey, hallo, ey! Ey, ich hab jetzt richtig viel Schaden bekommen, das ist uncool! Ja! Ey! Wer war das? Ach, was soll das? Das hast du verdient! Ich hab auch mit der Bitten reingezogen zu werden! Willst du verarschen? Das hast du dir einfach mal verdient! Hä? Ja! Nein! Ich warte jetzt hier einfach, bis du ganz vorne bist, dann schieß ich mit einer Sniper weg! Okay, vielleicht sollten wir's noch mit dem Motorrad machen! So! Ey! Ich liebe diese stumpfen Schläge mal! Ey! Papist nicht! Oh! Was denn? Ja, ihr sollt mal aus dem Weg gehen! Runter da! Wegspringen! Nagi! Runter da! Ey! Das geht nicht! Ohne Motorrad! Ey! Es geht nicht! Das erste Teil! Das geht wirklich nicht! Springt alle! Ey! Ich war doch schon fast drüben gerade! Ey! Ey! Was macht er denn da? Hast du's? Ich bin eiskalt gegen die Stange geflogen! Na 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 na! Alter, jetzt kommt der Annäherungsmine! Ah, Aris hat's! Laber nicht! Los, balle Aris nochmal kurz weg! Ah, Aris hat's! Mit Motorrad! Kannst du bitte aufhören! Komm schon oben drüber! Ey! Was war grad explodiert? Eine Rakete geschossen! Nugi! Wie schaut's bei dir aus? Na gut! Aber jetzt nicht mehr! Keine große Panik! Und das war jetzt echt nicht so schwierig! Hä? Ne, ist es auch nicht! Aber ich weiß nicht! Der fährt immer total dumm da runter! Ja! Ist halt wirklich so! Manchmal glitscht es! Ja! Ey! Ey! Jetzt sieh doch mal langsam zu, Brudi! First Trial, ja? Ja, was für dich dafür, dass du Luck hast, Alter! Was denn? Ich mach das jetzt! Der Pöbel! Ja, der Pöbel! Ey, Digga! Ich flieg die ganze Zeit genau dahin! Und ich baller immer gegen die Stange! Es wäre einfacher, wenn du nicht drückst! Nugi! Ich drück nicht! Ah, wen haben wir denn hier? Hi, Nico! Ah, was? Warte, warte, warte! Ich mach nichts! Ich mach nichts! Also, alles gut! Oh, ich hab's! Oh, guter Mann! Ist auch falsch! Soll ich mal E drücken, Aris? Hast du mich in Ruhe? Machst du nicht jetzt! Ihr müsst doch eine von mir! Ihr müsst jetzt übrigens gleiten, Leute! Also... Ja, ist aber easy! Wo ist denn der? Aber Lugi hat's geschafft, oder was? Ja, ich hab's! Ah, da ist Lugi! Hier rüber musst du kommen! Komm zu mir! Beim Pfeil! Beim Pfeil! Beim Pfeil! Komm zum Pfeil! Lugi! Aris! Aris! Warte doch! Du bist falsch! Aris, hast du den Punkt? Aris hat's first try! Als ob! Alter! Hat er echt? Lol! Hat er echt first try geschafft? Ja! Ich hab den Punkt noch nicht Marvin! Ich hab den Punkt noch nicht! Ich hab ja eh... Ich hab bestimmt achtmal seinen Kopf geschossen! Nee, du hast auf eine Front geballert! Siehst du das nicht? Ich komm nicht höher! Ich komm nicht höher! Oh, kommst du! Kommst du! Scheiße! Unternehmens! Ey, flieg doch höher! Der fliegt immer so weit runter! Nugi hat's! Aris! Alter! Alter! Du geil! Junge! Das war aber auch... Alter ey! Eine Ewigkeit steht da, ja! Nugi, du kleine Schlange! Niemand kann so gut und so lange! Lalalalalala! 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 Nugi! Kai hat euch frei! Ey! Es war so klar, dass Aris, der kleine Schimmelpilz, am Ende des Tages nochmal seine Sporen verballern möchte, ne? Selber Schuld, Alter! Anstatt mich hier... Wow, fuck! Fahren zu lassen? Nö! Drück doch einfach mal E! Einfach mal E drücken, Marvin! Ja! Ich würde dabei nicht C drücken! Einfach mal E drücken! Dann gucken wir was passiert! Wow! Ey! Miesene Arschflöten! Ja! Hallo! Ich würde übrigens gerne wirklich mal so ein Arschflötenkonzert hören! Den würde ich auch gerne hören, ja! Ganz am Ende, ne? Ihr kleinen Arschtröten, ey! Da gibt's irgendwie so eine Gospel-Version von der Kirche! Arschflöten! Der Arschflötenchor von Oberfriedrichshausen! Und was wir hier denn likn кол? Eine Sackrate ist eigentlich hinter mir. Ja! Es gibt doch sogar eine Arschflöte. Es gibt doch diese eine Meme, mit... 20th Century Fox-Oberarloben oder was auch immer ist! Hey! Alter! Houda! Du bist so ein Tibbe- Das war schon klar! Ey Wichserwin- Ey, ohhhh! Ey! Sorry, ey! Ey! Nurgiii! Alter! Was ist denn los mit euch? Ich hab mit eurem komischen Pimmelfighter nicht... Nurgiii! Was hab kann ich denn jetzt dafür, Alter? Du mieser Ficker! Ich weiß nicht, das war Deko. Guck doch. Das war Deko! Er hat doch grad gesagt, er war das. Ich hab gesagt, ich wollte das sein. Dann tauschen wir es einfach um. Uuuuuh! Ohohohohohohohohohohohohohohohoho! Alter! Alter Spur, Alter! Da bewegt sich der Kannibale von dem Flugsteil, ne? Der Junge, da steht 7-4, ne? Nein, einfach nein, ey! Feine Ideen, die können sich alle nochmal weg trollen, Alter. Für uns zum dritten Mal oder so, mitten auf der Straße ballert er mich weg. Uuuuh! Was ist los mit euch, ey? Aris ist hier noch am Spawn, ne? Ey! Oh! Alter! Aris ist hier noch am Spawn? LOL! So, wollen wir jetzt mal gechillt bleiben? Ich hab auch dabei verkackt. Ich hab dabei auch verkackt. Ja, machen wir. Ach, das Ding ist ja jetzt richtig schmuck. Ah, sie machen das jetzt ganz schmuck, ja? Ist so. Guck mal auf die Parkbank, wir lassen es gechillt, ne? Oh, fuck! Warte mal, ist das da ungefähr? Ja, ja. Aber ich find dieses feinen linken Tatsache ziemlich, äh, schwierig. Also der... Also Marvin, willst du jetzt, dass es gechillt ist oder willst du, dass hier die Luft brennt? Also ich möchte am liebsten das Paradies haben. Also, aber nicht tot. Hä? Ich will Friede. Friede, Freude, Eier, Kuchen! Oh! Alter Schwede, ich hab das first try geschafft. Aber auf jeden Fall, es piept an der Bank. Ihr verarscht mich doch gerade, oder? Es piept an der Bank. Es piept an der Bank. Also Achtung. Wollt ihr mich verarschen? Es piept wirklich an der Bank. No joke. Dann mach das weg, der Lachs! Nein! Oh, dann wird der richtig schmutzig, ey. Der kurz respawn. Und warte, weil ich so ein freundlicher Typ bin. Hätte Marvin. Digga, first try, easy. Einfach Marvin gerettet, der. Dankeschön. Und das first try hat er geschafft, da hochzufahren, ne? Straight, komplett. Ohne, dass ich nochmal lenken muss. Muss man, muss man Speed, ja? Echt jetzt? Soll. Am Ende ist ein Speed, also du musst keinen Speed mitnehmen. Okay. Mugi, wo willst du? Der geradeaus. Der hier! Du musst aber auf diesen Pimmel drauf. Nein! Oh, ich hab ihn, ey. Nicht sicher. Warum denn da? Ich hätte ja auch weinen, wenn es jetzt nicht so wäre. Ey, das ist doch... Verarsche. Okay, aber man wird da echt geführt, ey. Wohin? Wohin? Ach so, man soll... Ah, ich verstehe. Ich geh jetzt auf den Ding? Ey! Digga, man boostet einfach viel zu weit, ey. Wollt ihr mich komplett verarschen? Doch, verarschen. Nein, du musst gerade hier so fahren, Alter. Kann man in den Punkt rein? Nein! Ne, es geht doch. Wenn man einmal drauf ist, dann ist es safe. Ne. Ey, guck mal. Ich hab's so geschafft, Leute, ne? Ich schwör's euch. Ich hab's so geschafft. Ey, wie bist denn du jetzt auf einmal da? Nein! Bist du direkt zum Punkt gesprungen? Nein! Oh mein Gott. Kann man machen, ja, aber... Ey, ich würd's richtig schaffen. Ich eigentlich auch, aber ich hab beim zweiten richtig scheiße verkackt. Ja, ich hab's gerade auch verkackt. Der erste geht, aber der zweite ist vom Winkel richtig beschissen. Digga, ich komm einfach... Ich komm drauf, aber ich fall runter. Ja, du musst nur dann eigentlich Vollgas geben. Super easy. Ja, wenn du gerade ausfährst, dann ist es super easy, ja? Ne, einfach nur... Was?! Ich werde geführt. Ey... Endlich bin ich wieder draufgesattelt hier. So, okay. Ah! Uuuuuh! Das Gewitter vorm Kopf... Äh, vor Gericht steht... Gewitter vorm Kopf? Gewitter vorm Kopf ist auch geil, ey. Das Gewitter im Kopf vor Gericht steht, weil sie so eine Aktivistin verklagt hat, dass sie Nazis sind. Dein Ernst? Was? Das YouTube-Channel? Ja. Ey, weil er ab und zu... Weil Gisela... Kai Pflaume war da. Ja. Da hat Kai Pflaume einen Pflaumenkuchen in den Ofen geschoben. Und äh... Gisela hat zum Pflaumenkuchen gesagt, Grüß... Anne Frank von mir. Alter Schwede, ey. Der ist auch schon... Der ist schon bö, ne, aber... Bei ihm... Also es handelt sich dabei um eine Krankheit. Also sie sollen sich mal nicht einscheißen, ey. Du kannst auch nicht einen Kleinwützigen anzeigen dafür, dass er zu klein ist, ey. So genau das Gleiche, ey. Oh. Okay, ab jetzt ist alles easy. Hä, hast du's? Ich weiß... Also die Winkel sind immer auch scheiße hier. Achso, du sagst das. Hä, Ares hat es? Wird's denn Ares hinbekommen? Ey, Ares ist auch reingejumpt dann. Ja, easy. Hätte er zubauen können, ne? Hätte er zubauen sollen, ne? Das stimmt auch schon wieder. Das ist nicht die feine englische Art, aber... Alter. Lol. Ich hab wieder verkackt, ne? Ich hab wieder... Oh no. Hätte er zubauen sollen. Geil, ey. Ey, das werden wir auch immer wieder von der Scheiße machen, ey. Alter. Jetzt müssen wir gleiten, Leute, ne? Habt ihr auch solche Blacks? Boah, Scheiße. Oh, der ist nicht so einfach. Party People, ich hoffe, ihr seid noch am Start. Hallo! Und alle Leute, die schon eingeschlafen sind, erstaunlich viele Leute schauen nämlich oder hören unsere Videos, wenn sie einschlafen. Aufwachen! Die Hupe war geil, ey. Scheiße! Digga, das wird richtig, richtig schmacko eklig, ne? Ey, warum balle ich so zwei nach links? Ne, also, wenn du diese komische Feststell-Taste dahin kriegst, dass man nur geradeaus gleitet, ist das mega easy. Naja, du musst danach aber doch nach unten, doch wieder nach oben. Ja, hab ich ja... also, ja, hab ich auch schon gemacht. Muss man wirklich gleiten? Nur, ich bin links an die, an die Wand gegangen. Oh, ich bin durch! Oh, ich bin durch! Oh, ich bin durch! Als erstes! Der Profi Gleitmöverich! Er rasiert! Du musst da wirklich steinen? Ja, machst du. Ich bin tot. Okay. Aber wie hast du das jetzt mit dem gerade scheißen gemacht? Was mit dem gerade scheißen? Hä? Also, meine einzige Schwierigkeit war, dass runter und hoch kommen. Wieso? Ey, ich bin da vorbei! Ey! Ey! Also, dass ich da rechts und links geblicken werde, war für mich kein Problem. Nicht? Nee, gar nicht. Das ist nur mein Problem. Wie kann man das denn? Mit der Feststell-Taste machst du das irgendwie, ne? Nee. Ich hab mit, äh, 8D5A. Ah, okay. So, hier. Daddy macht das mal CORRECTO MUNDO! Hallo! Hallo! Du hast die Feststell-Technik. Ich kenn die nicht. Ja, easy. Wie geht das? Du lehnst dich mit Num5 nach vorne, mit Shift. Äh, mit Num5 Shift. Wat? Mit Num5 nach hinten lehnen. So, und dann arbeitest du mit Shift dagegen. Tippe, tippe, tippe. Das hast du mir gezeigt hast, ne? Eigentlich ist das, Marvin, die gleiche Technik wie beim, wie beim, äh, Sliden. Ah, okay. Ja, genau. Weißt du, du drückst ja die ganze Zeit, äh, Zier und tippelst dann nur, äh, D. Jaaaa. NUGI!!! Mega! Hör auf! Hyperlich! Tanze, NUGI mit mir NUGI NUGI die ganze Nacht, Tanze, NUGI mit mir. Ahahaha moralisch. Weil wir uns glücklich machen. NUGI NUGI, NUGI NUGI NUG! 6.6 super geans! NUGI NUGI NUGgro. NUGI NUNUNOK. War das eine Annäherngs-Mine, NUGI? Da ist er einfach mal ganz still wieder, oder? Äh ich weiß nicht, hallo? Ey, ich... Fahr doch! Du musst mich runtergekicken! Alles kalt, Anne-Hoch-Screen, oder? Ich habe noch fünf Stück. Und eigentlich hast du 20. Äh äh... Ja, da war ne Halbenscreener! Hä, warum wart ihr denn nicht da, Digga? Ich hab immer 40 Sekunden Black-Screen. Hallo! Hab ich auch. Na, Digga? Hallo! Hä? Was macht er denn da? Ja, das freut mich auch. Guck mal. Drei, zwei, eins, Zauberai. Hallo! Warum, ey, warum, Marvin? 7-7 steht es bei dir, 7-7. Ey, deswegen ist es doch gut. Wenn ihr Spawn killt, steht nicht. Echter Mensch, ey. Wo ist das Motorrad kaputt, oder was ist da los? Und Ares hat es! Nee, noch nicht. Oder? Noch nicht. Muss nur noch einen machen. Alter. Alter. Oh, jetzt. Ja! Alter Schwede! Perfekt! Ich hätte gerne deine Motorrad, hallo. Was mit Nugi denn? Also, wo ist dein Problem, Mr. Nugi? Ich hab kein Problem. Wieso? Wow! Ey! Ey! Ja, Marvin, geh mir nicht auf den Sack! Ey, war kein Kill! Ich habe Black Screens! Bla 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 Von mir hättest du's verdient gehabt. Gern geschehen. Aris, dein Mitspracherecht hast du auf jeden Fall schon verwirkt, ey. Ich hatte mal Mitspracherecht? Das war ich nicht! Ey, das war Nugi! Ey, ich ball euch alle drei da weg, ey. Ey, was kann ich denn jetzt dafür lassen? Oh, geil, ey. Ey, das war Nugi! Ey, ich ball euch alle drei da weg, ey. Hahahaha. Ahhhh! 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 Digga, das ist einfach einfach Vergnügen, als wenn man auf so einen Legostein drauf ist, mit euch zu sorgen. Aris, lässt du uns jetzt in Ruhe? Wieso lässt du uns in Ruhe? Deko hab ich rein gar nichts getan. Hm, das ist nicht ganz richtig. Das ist voll richtig! Da steht 3 zu 3 bei uns. Echt jetzt? Ja. Ja, dann sind wir ausgeglichen. Aber Spawn Kills, ne? Zehn nicht, weißt ja. Nein! Aber wie viele von Spawn Kills haben welche? Nein! Dafür müsste man... Dafür müsste man eigentlich mal ne Statistik aufbauen. Für Spawn Kills? Ja. Kann ja vielleicht unser Troll-Counter Monsieur mal gucken, wie viele von den Kills haben Spawn Kills. Ja. Fühl dich eingeladen. Ach, hier war ein Punkt. Oh mein Gott, ey. Oh, sorry. Ey, ohne Mist. Ich dachte die ganze Zeit, ich hab nichts gesagt. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwer von hinten wird mich jetzt eh gleich abballern. Deswegen, ich küsse eure Nasen. Dankeschön. Es hat niemand vor, eine Mauer zu bauen. Ja, dann drauf und abfahrt, ne? Deko. Fullspeed. Ey, du bist so ein Buster, Alter. Ey, hast du es bei mir nicht gesehen? Hey, ich guck die ganze Zeit von oben auf mein Motorrad, Alter. Ey. Ich dachte, du hättest es bei mir gesehen. Ey, eigentlich musst du es nur Aros umbringen. Warum? Ey, komm schon. Digga, einfach, einfach nur aus Prinzip. Nein, Mann. Doch, die Rute schon, ne? Sehr lustig. Ich mach nichts. Ey. Ich mach nichts. Ey. Ey. Ich bin froh, dass Aros es bei mir auch nicht gesehen hat. Was war das? Ey. Weil ich ja, ich hab ja auch so rumgeschrien. Ich dachte, ihr habt das alle mitbekommen, ey. Ey. Ich bin einfach komplett nach rechts gefahren, weil ich Angst hatte und bin dann einfach in den Pump wohl reingehittet. Also, ich hab den Passiv mitgenommen, den Troll. Also, den, oder? Wüsste Bescheid. Hallo. Du hast dich ja mitgenommen? Nein. Nein. Ey. Ja, so ein Scheißlacker, ey. Du, ey. Trollossa. Ist halt echt so. Okay. Ist es beispielsweise mit Deku? Ähh. Ist Farma. arte. Hast du den Punkt? Ich hatte den Punkt, ja. équ sis. Ey. Oh, was kommt da? Oh, wies. Mein Arschloch, Alter. Loil. Julg, ja. Random am Punkt, am Stop Ahnt Californien vorbei. Jega, das ist wieder so richtig dreckig. Jau. Das ist so unfassbar, Alter. Ist geil, oder? Einfach unfassbar, unverdiente Fickscheiß. Ja, dann guck ich mal, ob ich vielleicht auch Glück habe. Alter Schwede. War da eigentlich ein Punkt? Ja, ne? Ja. Ey. Wie fahr ich denn? Ich bin einfach nicht mal schnell genug, um den weißen Halblooping da oben zu kommen. Dass da aber auch noch ein Troll eingebaut ist, ne? Der ist... Der ist richtig böse gewesen da hinten. Null Trolls. Aber ich finde das ist auch geil bei einer Map. Die ganze Zeit null Trolls. Und dann fährst du so eine Scheiße ab und dann kommt da plötzlich was. Also ich muss sagen, ich finde es geil. Ja. Du findest es auch nur geil, weil du die Scheiße nicht verläuftig mitgenommen hast. Geht das jetzt hier? Ey. Ich fahr genau gegen Stoppschild gegen, ne? Das ist so geil, ey. Oh, was für eine geile Map, ey. Zeug sie auf jeden Fall selber. Ey, ich dreh durch. Was für eine Schmutz-Map, ey. Eigentlich war sie echt ganz cool. Oh mein Gott. Ja, ich bin zu langsam gewesen. Ich bin nicht auf die Plattform gekommen. Was? Zu langsam gewesen? Wie geht das denn? Hä, war ich auch die ersten zwei Male? Ja. Okay, party people. Es war schön mit ihnen Geschäfte zu machen. Pro Boss of Red jetzt in diese Ziel-Rein. Hallo! So unverdient. So unverdient. So unverdient. Es ist wieder ein unverdienter Herstabplatz. Ja, weil da übertrieben es lackert. Das kannst du doch keinem erzählen. Es ist einfach, ja also. Dann ist es eben Schicksal und Gott will, dass ich gewinne. Also, was willst du machen? Nein. Ich bin einfach der Auserkogener. Ich will einfach nicht. Wie viele Pimmel hast du bei Rockstar gelutscht, dass das so läuft? Ich habe den Punkt bekommen, Alter. Leck mich am Arsch. Ey, ey, ey. Nice Duggie. Oh yes, jetzt geht es los, Alter. Jetzt kommen wir hier und holt auf. Nice Duggie. Ja, das war es jetzt eigentlich schon, Deko. Hallo, ich bin auch noch hier im Ziel. Eigentlich... Juhu. Alter. Kann ich warten? Ich kann gar nicht warten. Kurz zum Ende. Ja, dann warte doch da vorne an dem Punkt. Doch, kannst du. Du kannst da auf der Tube warten. Okay. Nein, 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 nein. Ey. Okay. Komm, in unter einer Stunde. Eure Challenge. Ja. Also, den Punkt übrigens. Mit dem Chop-Shield habe ich First 2 gehabt. Nein, ey. Aber es war auch sehr lucky. Ja, Smushy, Alter. Genau. Ey, es ist so... Nein. Unnötig. Lass mich doch einfach hier durch. Lass es Liebe sein. Oh, da kommt ja schon Aris, Digga. Das wird ja noch richtig spannend hier. Ah. Ich bin wieder zu langsam, ey. Und Aris. Was machst du da, Aris? Ja. Machst du Urlaub oder wie? Ja, lass doch die Reifen durchdrehen. Hä, was machst du da? Ja. Ja, was machst du da, Aris? Havi, gib noch mehr Tipps, Alter. Hä? Schwanzlutscher. Hörglapp. Sein Augenglock immer benutzen oder was? Kostlos. Glock, glock. Alter. Alter. Ich gebe ihm einen ganz kleinen Tipp. Deko rastet vollkommen aus, ey. Ja, mir ist da keinen Tipp gegeben. Weil du alles richtig gemacht hast. Nein! Boah, ey. Lass es Liebe sein. Okay, Deko fällt rein. 60 Minuten Challenge. Schaffen die Boys es noch. Ja, ich nicht. Er kann nicht an sich auf den Namen. Wieder da runtergerutscht. Ey, ich hasse sowas mit der Barty. Ernsthaft. Ja, dann, äh, GG, ne? Hallo! Schafft es Nugi? Schafft es Nugi noch, sind super knapp. Und, ja, geradeaus. Ja, einfach nur runter droppen. Und es sieht ganz danach aus, als würde es Nugi auch noch entkriegen. Vielleicht. Oh, 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 oh. Oh, ja. GZ. GG, Alter. Ach, so viel hast du aber auch nicht verpasst. Noch so ein bisschen hin und her springen. Aber, dass du da Probleme hast, finde ich krass. Krass, krass, krass. Alter. Aber schaut auf jeden Fall bei Nugi vorbei. Schaut bei Aris vorbei. Daumen nach oben ziehen. Bis dann. Reingauern. Ciao, ciao. Der Glory ist in der Auge. Ihr wisst Bescheid. Bye, bye. Tschüss. 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 Das war's für heute.